Hallo ihr genialen Leute, hier kommt ein kleiner Videogruß direkt aus meinem Büro. Nach einem tollen Sommer tauchten wir in die spannendste Phase ein, die ich bisher in dieser Kirche erleben durfte. Wir werden neue Wege gehen, Land einnehmen und Riesen besiegen. Und gerade deswegen wollen wir zu Beginn dieser Phase Gemeinschaft ganz bewusst leben. Wir wollen zusammen feiern, wir wollen einander begehen. Ich möchte dich ganz persönlich zu unserem Wandertag mit anschließendem Gemeindefest einladen. Dort werden wir zusammen wandern, richtig gut essen, feiern, bei Live-Jazz-Musik, Marshmallows am Feuer braten und dankbar für das sein, was Gott in und durch diese Kirche tut. Ich hoffe, du bist dabei. Alle Infos findest du auf unserer Website oder wenn du auf den Link unter diesem Video klickst. Du bist eingeladen. Bis bald.